Hallo Leute und herzlich Willkommen zu einer Folge von Rogue Company. Heute spielen wir Chuck, weil es nicht gewünscht wurde. By the way, es tut mir übertrieben leid, dass es jetzt so lange dauert, dass ich wieder das Video aufgeladen habe, jetzt fast eine Woche. Ich habe ein bisschen Stress die ganze Zeit und das ist schwer, neben verschiedenen anderen Dingen noch Videos mit reinzubringen. Jo, daher, sorry dafür. Aber ich habe gerade wieder ein bisschen mehr Zeit, daher hoffe ich mal, dass ihr Spaß in der Runde habt. Das ist die Person, die ich dir das gewünscht hat, dass das Video interessiert und so. Wir spielen Strikeout auf dem Map Ikarus. Ich dachte, Strikeout wäre mal wieder eine gute Abwechslung, die man spielen könnte. Und vielleicht gefällt es euch ja. Ich werde in nächster Zeit nochmal ein Video zum neuen Wingman Modus machen, den es gibt, der 2 gegen 2 Strikeout Modus. Aber dafür muss ich erstmal ein bisschen Zeit haben und ich bin froh, dass ich überhaupt jetzt gerade ein Video hochladen kann. Bin ich komplett ehrlich mit euch. So. Wird schon. Also, Dahlia, Ronan, Secret und Chuck. Chuck ist ein sehr guter Charakter für solche Modi einfach auch. Also insgesamt ist Chuck ein sehr cooler Charakter. Das ihr euer Leben macht immer übertrieben viel Spaß. Wenn man es durchbekommt, es kann so stark sein. Nur wenn man es durchbekommt. Aber oftmals probieren irgendwelche Gegner dich ja nicht mehr mehr so wirklich zu kehren. Jo. Aber keine Ahnung, es wird schon. Ich glaube, ich habe Angst. Aber wird schon. So. Äh, okay. Die können alle ein bisschen nervig werden. Ähm, hier. Wer ist sie? Scorch ist immer sehr beliebt an Strikeout. Recht logisch mit ihrem Feuer. Da kann sie übertrieben viel Schaden raushauen. Ich muss so kurze Zeit. Oh, sehr kluge Idee. Oh, schade. Ich muss aufpassen. Ähm, hier müssen Gänger sein. WTF war das? Das war gerade sehr interessant. Ich muss kurz nachladen. Zack, okay. Wo? Da. Oh nein. Nein, es wird nicht passieren. Unter dir. So. Dann bekommen wir die schnell. Oh nein. Problematisch. Die sind da hinten glaube ich immer noch, oder? Ja. So. Es tut mir leid für die, dass hier gestorben ist. Nein. Hinten. Ah, schade. Mein erster Tod. Aber egal. Das läuft ja sehr gut. Äh, wir haben ja fünf Leben und die haben nur noch null. Das ist sehr gut. Äh, so. Wo ist der Typ? Adios. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Warte mal. Falls ihr jetzt irgendwelche Wünsche habt, welche Charaktere ich jetzt hier spielen soll, gerne in die Kommentare. Ähm, würde mich sehr freuen, falls ihr irgendwelche Wünsche habt. So. Damit ich weiß, was ihr sehen wollt. Und ja. Ich weiß, Felix hat sich jemand gewünscht gehabt nochmal. Da werde ich nochmal rangehen. Äh, joa. Ansonsten fällt mir gar nichts ein. Falls ihr irgendwas vergessen habt, gerne einfach reinschreiben unten. So. Sehr schön. Aber es läuft sehr cool. Elfzehn ist super. Das war eine, eine Unterstützung. Das heißt aber, dass ich die Kids, äh, mache. Was auch sehr gut ist. So. Ich hoffe, es ist ein sehr gutes Team. Die sind alle sehr gut. Alles wundervoll. Sehr gewünscht drüben. Okay, der Punkt ist, äh, LZ für die, nein, für beide Teams. Ich finde, die Map ist übertrieben gut mit den Punkten. Die sind beide sehr, äh, sehr nah aneinander dran. Nimm's an. What the fuck? Wieso konnte ich das? Ist ja bescheuert. Autsch. Du triffst mich damit nicht. Oh Gott. Ha! Kann ich hier rausgehen? Das war... ...nicht gut von mir. Nein! Oh Gott, das war... Ha! Ich wollte's, ich wollte's oben gegen die Wand werfen. Hab aber aus Versehen, äh, unten gegen die Wand geworfen und somit mich selbst getroffen. Okay, das war jetzt das Kacke. Nicht mit meiner Waffe, Mädel. Oh Gott, da hinten. Wie ist das passiert? Wie ist das passiert? Wie ist das passiert? Hat die gerade... Achso, da... Ah, eine Bombe oder so. Keine Ahnung. Pass auf, Alter. Lass mich zu. Oh nein. Es könnte besser laufen jetzt gerade. Oh nein. Oh, dreifach Kill. Warte. Kann ich wer saven? Die sind alle down. Fuck is. Komm schon. Heim mich irgendwie. Mit Schild vielleicht, aber okay. Kein Problem. Kein Schild. Weil ich hab's auch geheilt. So. Sehr schön. Feuer ist nicht so nice für dich, junge Dame. Das ist noch ein bisschen bescheuert von dir. So. Oh nein. Oh shit. Alter. Das ist eine krasse Runde gerade. Sehr cool. Eine sehr sehr schöne Runde. So. Ähm. Alter, ich hab so viel Geld. Das... Ich glaub so viel Geld hab ich noch nie. Wow. Sehr schön. By the way. Falls das Video gefällt, lass gerne einen Like da. Und falls ihr nicht noch mehr Iroh Comedy Content verpassen wollt, gerne abonnieren. Und für noch Smite und Paladins und Remrun und was und sonst alles. Wenn ich auch wieder Zeit hab, mehr Videos zu machen. Ha. Ach. Ja. Es ist ein bisschen blöd gerade wirklich. Aber ich tu mein Bestes, wieder ein bisschen Content rauszuhauen. Und ich hoffe, es gefällt euch. Ich tu mein Bestes. So. Mhh. Andere Runde noch. Wo bekommen wir das hin? Ich glaub an uns. Ich mach jetzt einen. Autsch. Oh, da set mich jetzt. Ha. Okay. Sehr cool. Oh nein. Ich bin auf dem Weg. Nicht noch mehr Tote. Nein, danke. Okay, sie rennt nach hinten. Die werden wahrscheinlich von hinten kommen. Rechen nicht jetzt immer stark matt. Bleib mal hier. Ich hab's kurz Leben wieder bekommen. Oh Gott, ich hab, ich war doof, ich hab einfach nur Kacke, ich hab mich nicht mit den Schützen getroffen. Sehr schön, damit sind wir die losgeworden, okay, die bekommen, ja, die bekommen das gerade gut sehen. Ist ein bisschen blöd von mir, dass ich gerade gestorben bin, aber naja, war jetzt nicht zu schlimm. Ich seh nichts, Feuer. Wir sehen ja gut. Autsch, das ist Feuer. Ich wollte jetzt nicht mein Leben aktivieren. Wir hatten zwei Leben und die sind noch zu dritt. Okay. Wieso? Okay, wir spawnen so hinten, weil die Gegend wahrscheinlich so nah ins Traum sind. Aber egal, schaffen wir schon. Ich hab noch, äh, äh, das wird schon. Sack, sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Okay, das Video wird, äh, ist jetzt recht kurz, äh, kurz, also 10 Minuten. Äh, weil, ja, ich, ich bin froh, wenn ich die Opfer wieder rausholen kann. Ich hab nicht übertrieben viel Zeit. Daher, hoffe ich mal, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like da, abonniert, falls ihr es getan habt. Wie gesagt, falls ihr irgendwelche Wünsche habt, welche Rogues ich jetzt nicht spielen soll, gerne in die Kommentare. Ähm, ich hoffe, dir hat die Check-Kunde gefallen. Äh, 4600 Schaden ist etwas enorm. Jo. Dann passt euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.